Das waren unsere heutigen Top News. Nun schalten wir live zu dem Reporter Bela Resele, welcher das exotische Gebiet am Lichtenfels erkundet. Er ist auf der Suche nach dem Physikus Maximus und wird uns nun zeigen, wie es dort ausschaut. Wir sind live! Hallo und grüß Gott, ich bin Bela Resele. Wir befinden uns hier am Lichtenfels und wir sind auf der Suche nach dem Physikus Maximus. Holen Sie mich, wir beginnen mit... So... Es geht! Hier in der Nähe soll irgendwo ein bekannter Tierforscher nehmen. Der könnte uns bestimmt weiterhelfen. Shit! Asotische Tiere sind schonmal da! Siehst du wen? Ist es gehört? Um Gottes Willen, schon wieder die 8B. Seid ihr völlig wahnsinnig, du die Zigarette weg, aber rasch! Weg damit! Seid blödsinnig! Gib die Füße unter! Ja, keine Mannieren mehr! Habe ich euch nicht gesagt? Die Notiz, die Lehre vom Leben und nicht vom Töten! Tinten-Killer sind Killer, sie töten! Das hat im Lebensunterricht nichts verloren! So, und jetzt rechts! Leute, jetzt rechts! Ich erlitz mir sowas auf die Nähe! Ich mach euch jetzt zu Tieren! Entschuldigung, die Störung! Hilfe, Frau Professor, bitte! Hilfe! 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 Bingi-Bongi! Bingi-Bongi! Zacki-Zacki-Bingi! Frei! Oh, warte! Oh nein! Geht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hi! Wir haben eigentlich schon draufusetzen! Oh nein! Oh nein! Tschüss, wie Gott! Hey! Ja! Hey! Hey! Das war jetzt Vollzorg. Schauen wir mal weiter, was wir noch finden. Wir befinden uns jetzt bei den Koordinaten 18 und wir schauen mal, was sich da drin befindet. Das sind die verfressenen Streber. Oh mein Gott! Okay, kommt schnell mit. Bevor Sie unseren Provianten auch noch regen, kommt es mit. Hörst du die Affengeräusche? Ich glaube, wir kommen zum Abend. Gäste! Unsere Urtierforscherin, was sagen Sie zu diesen Affen, der Adler? Ich lass mich nicht pflanzen! Also, die hat ihre Arten überhaupt nicht unter Kontrolle. Gehen wir weiter. Nichts. Was wollen Sie denn? Ich bin Reporter. In einem Safari-Tour am richtigen Fenster. Und was wollen Sie hier? Wir suchen den bekannten Physikus Maximus. Physikus Maximus? Ja. Na ja, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Ich sehe ihn noch immer nicht. Wie gesagt, ich glaube gar nicht, dass der überhaupt existiert. Mir reicht es jetzt auch. Ich habe die Nase gestrickt und voll. Ich gehe noch rauchen. Gehen wir noch rauchen? Nein, sicher nicht. Ich habe zu große Angst vor einem wilden Platten ab. Ich weiß, dass Nikodin ihn anlacht. Wegen ihm sind Menschen gestorben! Dann bleibt es halt da! Ja! Ja, da ist es nicht so. Ja, da ist es wohl. Gehen wir wieder. Schau! Was ist er mit dem Max von Rating? Wir haben auch schon gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Gar nicht. Angeblich hat er mal einen Raucher zerrissen in der Luft. Was? Das ist da passiert. Ich hasse Nikotin. Wir starten jetzt die Suche nach dem Physikus Maximus. Äh, fack noch mal. Binge, boge, zacki, zacki, binge, tis fisch. Sie müssen eigentlich laufen. Ich hasse Nikotin. Stefan? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.